Es ist Zeit, die Kinder zu wecken. Quasi, Sophia, Nick, aufwachen. Wir sind auch da. Lasst uns die Kinder zählen. Eins, zwei, drei, vier. Und wo ist der fünfte? Plagg, hier bist du. Geh bitte zu den anderen Kindern. Okay. Jetzt, wenn wir alle da sind, dann könnt ihr euch bitte waschen. Alles klar. Juhu, wir kommen auch. Aufgepasst, hier kommt Wasser von oben. Hmm. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und ich bin der Fahrer. Los geht's! Miau! 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 Ich lösche das Feuer im Erdgeschoss. Bitte kümmert euch um den Rest. Fahrt mich bitte hoch. Wird gemacht! Keine Sorge, Kätzchen. Komm her! Miau! 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 Und runter geht's! Komm her, Kätzchen! Na los, spring! Hm, mein hübsches Kätzchen. Hab keine Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Im Erdgeschoss ist das Feuer gelöscht. Siki, Wasser an! Wasser kommt! Auch in der ersten Etage ist das Feuer gelöscht. So ein Feuer hinterlässt immer viel Müll, Asche und Kohle. Das müssen wir alles wegräumen. Gute Idee, Sophia! Ich helfe auch mit! Hier ist noch was! Mission erfüllt! Ihr habt das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bravo! Jetzt könnt ihr gerne spielen gehen. Wow! Seht euch diesen riesigen Baum an! Leute! Ich habe eine Idee! Lasst uns ein Baumhaus bauen! Ausgezeichnete Idee, Sophia! Und diese Bretter können wir als Baumaterial verwenden. Huch! Huch! Ich hebe! Los geht's! Vorsichtig! Ganz vorsichtig! Hey, quasi! Ich brauche deine Hilfe! Ich komme. Drehen wir das Haus. Ach Leute, das Haus sieht ja echt toll aus. Stimmt, aber Häuser bauen macht ganz schön hungrig. Lasst uns essen gehen. Gute Idee. Heute machen wir für Kinder etwas ganz Leckeres, etwas Süßes. Eine Erdbeerkuchenrolle. Dafür werden wir Play-Doh in drei Farben brauchen. Rot, Weiß und Creme Orange. Fangen wir mit dem Teig an. Nehmen wir ein gutes Stück. Und rollen wir den Teig ein wenig aus. Als nächstes kommt die Sahnecremeschicht. Dafür das weiße Play-Doh. Und jetzt kommt die Erdbeersche. Unsere Kuchenrolle geht jetzt für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Und in der Zwischenzeit setze ich schon mal Wasser für den Tee auf. Der Tee ist fertig und ich höre da auch schon die Kinder kommen. Hey, Scheren, du hast uns Tee gemacht. Und was gibt's zu essen? Ihr seid aber ungeduldig. Und zu essen gibt es diese leckere Erdbeerkuchenrolle. Schneiden wir die in fünf Stücke. So, für jeden ein Stück. Mh, dann probiere ich mal von dem Kuchen. Mh, 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 so pruchtig, so lecker. Hallo zusammen. Tiki, Plagg, kommt, gehen wir nach Hause. Marinette, du bist da. Tschüss. Danke, Scheren, es war sehr lecker. Tschüss. Tschüss. Was ist eigentlich dein Lieblingskuchen? Schreib uns in den Kommentaren und komm bald wieder vorbei. Tschüss.